Dieses Gerät kehrte sicher aus 30 Kilometern Höhe wieder zurück, nachdem es von der Europäischen Weltraumorganisation in den Weltraum entsendet worden war. Granasat, ein Instrument, entworfen und gebaut von Studenten und Dozenten der Universität Granada. Vorrichtungen, die in diesem speziellen Käfig installiert wurden. Es ist das erste Mal, dass man eine andalusische Universität für das Programm auserwählte. Eine im Gerät integrierte Kamera stellte Bilder mit einem hohen wissenschaftlichen Wert sicher. Die Vorrichtung war erfolgreich und wird in dem Satelliten, den die Universität Granada baut, aufgenommen. Granasat stellt ein multidisziplinäres Projekt dar, das Studenten mit unterschiedlichen Fähigkeiten und aus verschiedenen Studienrichtungen vereint. Sie erwerben Kenntnis und Erfahrungen in einer realen Situation.